Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 5. Januar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 282 und ich habe heute die folgenden Themen für euch bereit. Top 3, 75 Milliarden, Akt X, Portrait Modus, Analyst, COG, Podcast Nachrichten, Notfallpatch, Cortana und Mikrowelle. Ja, der findige News-Hörer weiss sicherlich schon, wohin die Mikrowelle gehört, aber wir starten gleich mal zuallererst mit der Top 3. Vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren sagt Huawei von sich, dass sie in die Top 3, ich glaube, Zweiter oder, ich bin nicht ganz sicher, ob sie Zweiter oder Erster Platz immer gesagt haben. Auf jeden Fall einer dieser beiden. Jetzt kommt ein neuer, doch alter Gummi-Stiefel-Hersteller hervor, genau genommen Nokia. Ja, der General Manager von HDM Global, Deutschland, Schweiz ist er, glaube ich, hat in einem Interview gesagt, dass Nokias Ziel sei, innerhalb der nächsten 5 Jahre, in die Top 3 der Smartphone-Player einzusteigen. Anscheinend haben sie es schon geschafft, innerhalb der kurzen Zeit, wo sie wieder auf dem Markt sind, einen der Player schon zu verdrängen. Ich bin mal gespannt, zum einen, wer das ist und zum anderen, ob sie es schaffen. Vorschuss-Lorbieren haben sie, das vermerke ich immer wieder mal, wenn ich Leute mit Leuten spreche, die nicht ganz so immer am Technik-Nabel nagen. Die sehen Nokia immer noch mit sehr grossen Augen und eben, ja, Snake ist halt drauf. Ja, nächstes Thema sind 75 Milliarden. Das ist nicht irgendein Kontostand von einem Start-up-Millionär oder Milliardär, besser gesagt. Das sind die Anzahl Nachrichten, die während der Silvesternacht von Benutzer zu Benutzer geschickt wurden. Das sind eindrückliche Zahlen da mit dabei. Zum einen wurde der Rekord von 2016 geknackt mit 63 Milliarden, aber die Zahlen, wo ich meinte, sind 13 Milliarden Fotos, 5 Milliarden Videos und, ja, 300 Millionen tägliche Nutzer, die den Status von WhatsApp nutzen. Hätte ich nicht gedacht, dass so heftige Zahlen mit dabei sind, aber ja, irgendwo muss das ja herkommen und, ja, deshalb ging auch der Server, zumindest hier in der westlichen Welt, für circa zwei Stunden in die Knie während dem Wochenende, während dem Übergang vom Alten ins neue Jahr. Na dann, Akte X, eine Serie, die viele von uns hören, ich weiss zwar nicht, wie alt das ihr seid, aber ich sag mal, einige von euch hören, seid ja alles Junge, sicherlich begleitet haben in ihrer Kindheit oder Jugendzeit und die ging ja vor zwei Jahren in die zehnte Runde nach, ja, einer längeren Auszeit und hat heute jetzt gestartet mit der elften Staffel. Und leider ist die elfte, das hat sie schon länger angekündigt, auch die letzte Staffel mit Gillian Anderson. Ich bin mal ganz gespannt, wie die junge Dame da ausscheiden wird. Ab 299, die erste Staffel, aber leider erst aktuell in englischer Ton, also das heißt leider für diejenigen, die es mögen, natürlich praktisch. Und alles zusammen 25,99 in Euro bei iTunes. Ich denke, es gibt auch den ein oder anderen Weg, wie man daran kommt. Ansonsten, ja, deutlich günstiger als auch schon. Ich bin da sehr versucht zu klicken, warte aber noch kurz ein bisschen. Ich hoffe, dass die deutsche Synchronisation noch kommen wird. Es gibt sie immer wieder, die Software-Features, die sogenannten exklusiven Features, die Google anpreist bei ihren Telefonen, beim Pixel 2, was sie im letzten Herbst vorgestellt haben, war sicherlich da die Geschichte mit dem Portrait-Modus mit dabei. Da ist Google jetzt aber ein paar findige Entwickler dazwischen geraten, die haben es geschafft, das Ganze quasi als App zur Verfügung zu stellen und mittlerweile können das auch andere nutzen. Schade für all diejenigen, die doch recht viel Geld für dieses Nexus-Teil ausgegeben, Pixel-Teil ausgegeben haben. So rum geht's. Dann gehen wir einen Schritt von Google zu Apple. Es gibt wieder mal Analysten. Die gibt's immer und täglich irgendwo. Irgendjemand sagt immer was. Einer sagt jetzt, dass Apple 16 Millionen iPhones weniger verkaufen könnte in diesem Jahr und Schuld daran sei die günstige Akkutauschaktion, die sie machen. Ja, kann ich verstehen, dass das sicherlich der eine oder andere jetzt das bestehende Smartphone behaltet, weil eben, ja, wieder neuer Akku und es läuft ja und tut vor allem. Ich denke aber, auf längere Sicht tut das Apple gut, denn man sieht damit, dass es ihnen nicht einfach nur egal ist und sie einfach nur neue Geräte verkaufen möchten. Somit sicherlich eine gelungene PR-Maßnahme seitens Apple und ja, treue Kunden wird's da geben. Mögt ihr euch erinnern, jetzt sind wir wieder bei den älteren Reiferen unter euch. Bis vor etwa 10 Jahre gab's der COG, ich hoffe, ich spreche's richtig aus, ist ein MP3-Player, ein sehr, sehr schlanker MP3-Player für macOS oder damals noch OS X. Und der wurde jetzt wieder wiederbelebt. Wer das nutzen möchte, bei uns in den Shownotes hat's einen Link zu einem Beitrag. Und darin ist natürlich der offizielle Link für den Download mit drin. Ich habe mir das Teil geladen, ich habe es früher selber nie genutzt, aber ich werde mir den jetzt mal anschauen und ein bisschen rumspielen damit. Ja, Siri-Beta-Neuigkeiten sind aufgetaucht. Drüben lädt mein iPad Mini gerade die neueste Beta von iOS 11.2.5 runter. Und darin enthalten sind Podcast-Nachrichten. Da horcht der eine oder andere Hörer sicherlich auf. Man kann Siri nämlich jetzt darum bitten, News vorzulesen in Form von Podcasts. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das aber eher so die Grossen wieder mal, die davon profitieren oder mitmachen können, dürfen, wie auch immer. Fox News, NPR und CNN etc. Ich hoffe, dass irgendwann auch mal unsere Eins, die kleinen Podcaster, die Möglichkeit bekommen, da auch sich zu partizipieren. Sollte es unter unseren Hörern jemanden geben, der Alexa-Skills programmieren kann, wir würden da auch gerne irgendwie Möglichkeiten haben, darf sich gerne melden. Uns fehlt einfach leider die Zeit für die Richtung. Also somit einfach über die Kommentare, E-Mail oder Social Media anschreiben. Aber verweilen wir nicht bei dieser Geschichte. Gehen weiter zu der Geschichte rund um Intel und was ja auch AMD etc. betrifft, wie ich gestern gesagt habe, die beiden Sicherheitslücken Meltem und wie heisst das zweite irgendwas mit S? Spectre. Genau, erstes betrifft Intel, zweites betrifft beide. Und da hat man mitbekommen, dass anscheinend bei macOS schon gewisse Dinge gefixt sind. Microsoft hat jetzt ausserhalb ihres Dienstag-Patchdays schon einen ersten Patch hinten nachgeschmissen. Somit sollten die ersten Dinge geklärt sein oder gestopft sein. Lest euch das Ganze am besten durch, wenn ihr auf Windows unterwegs seid und ladet euch das runter. Könnte sicherlich nicht verkehrt sein. Mögt ihr euch erinnern, ich bin mir nicht ganz sicher, glaube ich zu Beginn der Woche war es, habe ich darüber berichtet, dass Microsoft seinen Musikdienst Groove Music eingestellt hat. Seitdem so ist, kann Cortana, das ist der Sprachassistent von Microsoft, keine Musik mehr erkennen. Sehr doof, sehr unschön für all diejenigen, die das gerne genutzt haben. Es gäbe ja die Möglichkeit von Shazam zu nutzen, doch die ist schon vor einem Weichen, also die App ist schon vor einem Weichen eingestellt oder die Entwicklung dazu ist eingestellt worden seitens Shazam. Mittlerweile ja von Apple aufgekauft, hat beides eventuell gar nichts miteinander zu tun oder wie auch immer. Auf jeden Fall, über Umwege gibt es die App noch, aber halt natürlich ohne Updates und nachkommende Features. Aber zumindest kann man, bis es irgendwie wieder eine Möglichkeit gibt, das darüber lösen. Die Hoffnung für Microsoft Nutzer, also für Windows Nutzer mit Cortana ist natürlich sicherlich, dass durch die Kooperation mit Alexa es da dann durch die Kooperation Möglichkeiten geben wird. Dann habe ich noch was Letztes und das betrifft die Küche. Vorgestern hatte ich es ja in der Daily, dass Alexa mir Werbung über den Sprachassistenten in eure Küche oder in eure Wohnung bringen möchte, euer Büro, je nachdem wo ihr das Ganze einsetzt. Jetzt kommt noch mehr, denn Alexa hat Schnittstellen freigegeben für Entwickler, für Mikrowellen. Kocherde etc. sollen noch nachfolgen. Das heisst, ihr könnt nicht einfach nur sagen, Alexa, und entschuldigen für all die Dinger, die jetzt angehen. Sprachassistent, starte mir die Mikrowelle oder schalte sie aus. Ne, ihr könnt sagen, pipipip, tau ein Kilogramm Huhn auf oder starte die Mikrowelle für 50 Sekunden auf höchster Stufe etc. Spannende Geschichten, mal schauen, wie lang das es geht, bis der erste irgendwas verbrennt in der Mikrowelle. Und dann, ne, ihr wisst schon, wer schuld ist. In diesem Sinne, die erste Woche Geek Talk Daily für dieses Jahr ist gestartet, ist durch besser gesagt. Ich durfte euch begleiten, ich hoffe, ihr hattet Freude. Ansonsten meldet euch und auch sonst, wenn ihr Freude hattet, ihr noch einen schönen, euch wünsche ich noch einen schönen Freitag, geniesst den Tag, seid fleissig und aktiv und vor allem geniesst nachher das Wochenende, hoffentlich mit ein bisschen weniger Sturm und Regen und wieder mal ein bisschen Winter, ihr kennt das sicherlich, das mit dem Schnee und solche Geschichten. In diesem Sinne, euer Pogipsi für Geek Talk Daily, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.